Herzlich willkommen zu einer Umfolge GTA war als City Remastered und ich bin uns auch gar nicht mehr sicher wo wir in der letzten Folge dann aufgehört haben jetzt gerade hier gespawnt und ja ich würde sagen wir fahren einfach mal zur nächsten Mission, wir schauen mal kurz auf die Map Ich würde sagen wir fahren einfach mal hier rauf oder so, das ist direkt in der Nähe Warte, aber es ist irgendwo eine Ammonation oder so? Müsstet ihr ja auch wieder um siehend Dann fahren wir uns erst da noch hin Dann haben wir kurz eine kugelsichere Wässer und noch eine neue, oh das ist schon gefährlich voll wärmen wir Oh scheiße Da Neu so Autofahrer Richtung vielleicht Aber siehendbald, das kann ich mir daneben Da von der Munition schauts hier ganz gut aus, da haben wir hier genug Warte mal hier Bei der MP habe ich da keine los Ja, hol ich da einfach mal eine Die Munition Dann war es über tausend Schuss bei der Shotgun Ja, hau ich auch noch mal was Hast du euch immer anders gehabt, okay Da reicht glaube ich erstmal, dann noch eine kugelsichere Weste Und wir sind hier eigentlich schon wieder fertig Verständlich Verständlich gibt es Haaren haben wir auch noch und kann outen So, da hinten sehe ich eh schon die Mission Dann Droll me! Droll me, man! That psycho's back! What's going on? That psycho won't leave Lovefist alone! You didn't kill him, man! And now he's back! Yeah, yeah, yeah! The thing is... The thing is, we need someone to drive the limo we can trust, because that natter keeps making threats! Let him show me! I need my mob! We're all breaking ourselves, man! Okay, guys, calm down. I'll handle this. Normally, I wouldn't busy myself with driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals. But in your case, I'll make an exception. But not as interesting as what happens when a man and a woman fall passionately in love. Or maybe, when things go wrong, when you need a... At last, man! Time for a well-earned drink. Are you venus just a hundred yards down the road, man? Better make it a large one, then. Hey, Tommy! Change the tunes, man! I get a confused if my head's na-banging! Ah, look! What's this? Hey, Tommy! Stick this tape on! Lovefist, your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends. But now I'm giving you the chance to die. You try and slow down, your limousine will explode along with your big area asses. Tommy, pal! You've got to save the band! I'm getting bored of this. Just keep the pedal to the metal! Oh, scheiße! Oh, nein! Alter, will das nicht so langsam werden! Und aussteigen will ich auch nicht. Alter, scheiße, man! Okay, es könnte echt schwer werden. Okay, nochmal. Kratzen-Gongos springen. Tommy, pal! You've got to learn the way! Tommy, pal! You've got to see the band! Tommy, pal! You've got to see the band! I'm getting bored of this! Just keep the pedal to the metal! Can I find it, pal? Tommy, pal! Oh, wo soll ich denn hinfahren? I've got plenty to drink! Ah, scheiße, scheiße, scheiße! Nein, nein, nein! I'm gonna get pasted! I'm gonna get pasted! There's a view here, bro! I'm just near the drinks cabinet! Go away! Hey! The vodka bottle's gone! Wires coming out here! That's no vodka! That's boomschein! Ah! 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 No! Send the drink with you! Ach so, geh ich auch wieder runter, okay? You gotta pull out one of the wires! Which way? Don't go! Nein! I don't have a corner, boy! See, show me! I'm gonna play bass in hell! Fuck, man! Das gibt's doch nicht! I'm getting bored of this! Just keep the pedal to the metal! You gotta find the bomb! Can't we just drive around all day? I've got plenty to drink! The bomb may be the engine! You've stopped yet! We're all going to die! I'm gonna get pissed! Hey! There's a few here, Pao! Hey man! I'm just near the drinks cabinet! Go away! Hey! The vodka bottle's got wires coming out here! That's no vodka! That's boomschein! Kann ich hier eigentlich einfach nicht im Kreis fahren oder so? Aaaaaaah! You always said the drink would kill me! I've seen this on the telly! You gotta pull out one of the wires! Which way? I don't know, man! I don't have a clue! Billy! She show me! I'm gonna leave me somewhere! Come on, man! You can do it even fastball! Somebody do something! Boah, shit! I've seen braver quines! Okay, tough guy! You do something! Look, man! I'm playing musicals! I'm playing musicals! I'm playing musicals! I'm playing musicals! Well, he could just suck the boomschein out with a straw! I've heard that you're good at that kind of thing! Hey! I was off my tits that night as well, you know! Just pass Willie a straw! Are you a straw? Yeah! This is a love fish to a bus! I'm gonna get a straw fake! Can you find me? Where's wire, Tommy? The green one! There isn't a green one! Oh, oh! 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 Is this a green one? Any of these wires look green to you? Oh, nothing! That's in the car! Oh! It looks green! I should have dumped you all over! I should have dumped you all over! It's a chance, man! Glory-seeker! I've been carrying you for years! Shut up the light! Extreme girl! Go! Hi! Shut it! And pillow wire! Wedge wire! This one! No! Man! We're okay! We ain't been blowing up! Tommy, man! Bomb and shave! Okay! And we got a gig to go to! A rocket teaming! Groupies to abuse! Oh! Fest! Oh! Fest! Oh! Fest! Let me finish with our bow! Okay! Jetzt müssen wir jetzt immer Auftritt bringen! Oder dritte Schiller! Aber hier ist irgendwie voll gegangen, aber innen so irgendwo in den schmalen Gassen ist das echt scheiße! Okay wir sind ehrlich da! Dann hier mal abbiegen und dann was ist eh schon! was wille es schon? Tja dann ist die Idee! Jase is von der Neck and the Tate, so we thought we'd show you our temple a lot. Get a feel for the love of this tree. Listen to yourself, man. This paper-mashing gaffer, Tate. Hey, to the kids, it's a temple and we are the priests. Aye, well, if the kids like the priests half-cut and point dead, who am I to argue? What? Tate's getting chewed up again? It's right, we'll never get a play live. Oh, shite. Hey, Papa, who's? I forgot your helmet, Tate Shoe. Thanks again, Tommy. Get up, I'll see you. Nice one. Bye. Okay, Mission Affiliate. And what's out here? Okay, wir könnten eigentlich... ...jetzt erstmal wieder hier runterfahren, zu der Mission. ...ja, weil da ist jetzt eh nix mehr. Okay, dann fahren wir uns jetzt mal hier runter. Okay, Musik aus erstmal. Boaah, Alter, bricht da wieder hängen. оч Bis zum nächsten Mal. Alter, so ein Wichser man. Okay, da vorne nochmal rechts. Und wir sind da. Ach so, das letzte Mal konnte ich dir die Mission noch nicht machen, glaube ich. Okay, der Anruf. Okay, eine neue Mission haben wir jetzt nicht bekommen, oder? Okay. Hey, lady, you know what I'm gonna do? I'm going to make love like a man. You know that, chica? Something like this. Gross. Loser. Hey, baby! Tommy, I wouldn't catch you with a ten foot pole. Humberto Robina, he likes the lady, not some goat in a skirt. Tommy, Tommy, I love you, I love you. Let's go. Go where? Can I get a cup of coffee first? Not time for coffee. Besides, I just had one. Oh. Tommy, how do you take out a snake? You bite him in the ass. You go and get us a little car. When you get it, come back and pick up my boy, Pepe. And take them out to such and such. Their processing plant. Whatever you say, Humberto. Hey, Tommy. Tommy. Use their solvent as an explosive. Move. Bye-bye. Humberto, what about you? I'm going to stay behind and watch over the cafe with Papa. He's not feeling so good. You know? The last thing I needed was this. Maybe the last thing I needed was an enema. But this comes close. I think he's in the north. I think he's going to steal. I think he's in the north. I think he's in the north. Warte ich schon nochmal nach. Missionsinfos. Okay. Aber mir wird ja gar nicht angezeigt, was ich jetzt stehen soll. Im dritten Teil gab es auch mal so eine Mission. Und da war es, glaube ich, schon ziemlich schön zu finden. Okay, warte ich jetzt mal nach dem Norden. Mal so. Einfach hier irgendwo nach oben los. Ich weiß ja nicht, wo genau hin. Jetzt bin ich fertig. Also ich weiß nicht, wo das algebraisch ist. Wie war es? Okay. Wir waren da. Hier fühlen wir richtig. Also ich weiß ja nicht. ok ich glaube wir sind falsch alter da sind wir doch schon also da müssen wir so richtig sein ja ich habe keine ahnung was ich jetzt für eine auto stehen soll ein auto vielleicht ist es Oh, Prost! Nun geht er noch mit dem Schummel. Okay, wir sind zur Drogenfabrik. Ja, wir sollen auch noch drin bleiben im Auto. Hier waren wir doch schonmal. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Wir müssen noch ein paar Bomben legen. Alter, helfen die mir vielleicht mal? Oh, scheiße, ist der tot. Und verlegt die Bombe. Okay, einer muss glaube ich oben sein. Eine Sieger. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Okay, kommen wir schon in Rosio. Das ist der Grund. Du bist jetzt glücklich, Schammer? kommt damit los oh fuck man wir brauchen wie 10 Sekunden oder so alter was ja ich komme hier noch nicht raus ich meine ich bin jetzt nicht rausgekommen das Tor ist ja nicht aufgegangen wow man you drive like a crazy bitch hola amigos oye the zombies is around the back amigos bueno putas muerte vamos vamos indeed follow my compadres you know they do nice pizzas here okay in you go going to plant the bomb cover me oh alter ich stelle ein bisschen schaden an schau hier hin da oben noch jetzt schon da hin da geht es einfach ungefähr 40 Sekunden aber wo muss ich jetzt genau hin man es gibt keinen Weg hier weg und das Tor geht da nicht auf man kann ja da noch rum hier hängen ah warte gesund ah warte mal ok das geht ganz einfach aber ich meine wenn man die Stücken halt übersieht beim reinfahren dann kommt man halt nicht wirklich darauf wie man jetzt weg kommen soll bist du rüber bist du rüber ok haben wir jetzt ok haben da jetzt nix mehr wir haben hier unten glaube ich auch nix ok wir hatten die Mission hier noch und dann halt das hier bei der Villa aber gut und dann muss ich sagen das hat es erstmal mit Erfolg ich hoffe es gefallen bis zum nächsten Mal und tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal